Unglaublich! Ein CDU-Mitglied gibt sich als AfD-Mann aus, um Kinder zu manipulieren. Das sind harte Anschuldigungen. Doch was war da los? Eine politische Kuriosität sorgte in einem brandenburgischen Gymnasium für Aufsehen. Bei einer Fragerunde zur Landtagswahl saß anstelle eines AfD-Vertreters plötzlich ein CDU-Sozialarbeiter auf der Bühne und mimte die Positionen der AfD. Ja, richtig gelesen! In Brandenburg dürfen 16- und 17-Jährige bei den Landtagswahlen mitstimmen und in Vorbereitung darauf organisierte der Landesjugendring Brandenburg eine Fragerunde für Erstwähler. Schüler der 11. und 12. Klasse sollten dabei die Gelegenheit bekommen, ihre lokalen Kandidaten zu verschiedenen Themen zu befragen. Am 11. September fand eine solche Veranstaltung an einem Gymnasium in Wittenberge statt. Und was dann passierte, könnte direkt aus einer politischen Satire stammen. Während die Kandidaten von CDU, Linken, FDP, SPD und Grünen persönlich anwesend waren, um ihre Positionen vorzustellen, musste die AfD durch einen Ersatzmann vertreten werden. Dieser Ersatz war niemand Geringeres als Martin Hampel, ein Sozialarbeiter, der zufälligerweise auch CDU-Mitglied ist und vor kurzem als Bürgermeister kandidiert hatte. Das ist der Moment, in dem man sich fragt, hat hier jemand das Drehbuch verwechselt? Schulleiter Andreas Giske erklärte, die AfD sei nicht eingeladen worden, da sie nicht hinter der Verfassung stehe. Stattdessen sollten die Schüler die Positionen der Partei durch Hampel erfahren. Ein Schachzug, der für reichlich Verwirrung und Kopfschütteln sorgte. Offiziell wurde Hampel vom Landesjugendring eingesetzt, um die rechtskonservative Partei zu vertreten, die bei den letzten Landtagswahlen zur zweitstärksten Kraft in Brandenburg aufstieg. Doch nun mal ehrlich, wenn schon jemand die AfD vertreten soll, dann vielleicht nicht ausgerechnet ein Mitglied der CDU, oder? Dieser Schachzug könnte in der Rubrik an Dreistigkeit kaum zu überbieten landen, wenn man die Worte des AfD-Landeschefs René Springer hört. Der kritisierte den Einsatz des CDU-Manns scharf und warf den Veranstaltern politische Manipulation vor. Vielleicht wäre es ja transparenter gewesen, den Schülern einfach zu sagen, Wir haben die AfD nicht eingeladen und das ist unser Ersatzmann. Aber das wäre ja langweilig und ohne Überraschungseffekt. Die Schüler schienen von dieser kuriosen Situation wenig beeindruckt. Laut einem Bericht des Nordkuriers gaben viele an, dass die Veranstaltung ihnen geholfen habe, ihre Wahlentscheidung zu treffen. Doch ob sie dabei wussten, dass sie nicht mit einem echten AfD-Vertreter, sondern einem CDU-Sozialarbeiter sprachen, bleibt offen. Man muss sich fragen, sollte man nicht von politischen Bildungsevents erwarten, dass sie transparent und neutral ablaufen? Schließlich soll es den jungen Wählern doch darum gehen, alle Positionen kennenzulernen oder zumindest das, was man ihnen als alle Positionen verkauft. Und hier könnte man durchaus von einer kreativen Interpretation des Neutralitätsgebots sprechen. Die AfD hat natürlich nicht lange gefackelt und eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Schulleiter eingereicht. Ob sie damit durchkommt, bleibt abzuwarten. Die Grünen und Linken verteidigten die Entscheidung der Schule, da man Schüler vor Hass und Diskriminierung schützen müsse. Ich denke eher, um die Konkurrenz zu schwächen. Aber die Methode, eine Partei durch einen Vertreter einer ganz anderen Partei nachzustellen, wirft definitiv Fragen auf. Als wäre das nicht schon genug, steht nun auch noch eine Sondersitzung des Bildungsausschusses an. Die AfD sieht ihre Chancen auf eine faire Darstellung schwinden und betont, dass dies ein beispielloser Vorfall sei. Ob es dem Bildungsausschuss gelingen wird, diesen Verwechslungskrimi aufzuklären, bleibt zu bezweifeln. Doch unabhängig davon, wie man zu den einzelnen Parteien steht, eines bleibt sicher. Dieser Vorfall dürfte das Verhältnis zwischen politischer Bildung und Neutralität in Brandenburgs Schulen auf dem Prüfstand stellen. Und das letzte Wort in dieser Debatte ist sicherlich noch nicht gesprochen. Kinder in Schulen zu manipulieren, um von ihnen die Stimme für eine politische Wahl zu ergaunern, finde ich absolut widerlich. Was denkst du zu diesem Vorfall? Schreib's mir in die Kommentare und abonnier den Kanal für mehr kritische Videos.